Wasser das wollen wir doch mal sehen wie lange da noch was steht euch zeige ich da noch was hinzustellen das ist mein Gebiet, ja? hier stellt niemand was ohne meine Baugenehmigung auf, ne? Tja, das passiert ja, wenn man ohne Baugenehmigung baut, ne? und 3 stellen wir mal da unten in Position ah, stellen wir sie da hin so, nach diesem äußerst spannenden Kampf gegen eine Blechhütte, die wir geradezu gewinnen konnten forschen wir wieder, yeah vielleicht soll ich das in ein extra Video stellen, ne? oder ich mach irgendwie so Forschung genau, ich schreib einfach Forschung drüber und überspringt doch bitte das Video oder so, wenn es euch nicht gefällt, weil boah, ich mach so eine Viertelstunde nix anders als Forschen, oder? und erzähl dazu irgendwelche Scheiße, den sowieso niemand interessiert und niemand hören will und sie alle denken, oh verpiss dich doch einfach, warum hörst du denn einfach auf damit und ah, gehst mir so auf den Sack das denk ich mir auch öfters, wenn ich mich so reden höre, hm oder sie mir nicht auf den Sack gehen, hm, 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 ah, wir haben hier gelacht ja, was haben wir gelacht ob ich noch eine Einheit die ich mir anschauen kann, nein Flamberf, hab ich mir schon Flamberf angeschaut? ja, der hat zwei Bierfässer hinten drauf und und vorne ein schönes Rohr ja, ah okay, das klang jetzt leicht pervers ähh ich sollte leiser sprechen, dann versteht man mich nicht mehr, hm welch eine geniale Idee was ist das denn überhaupt für eine Leistung, wie viel Energie ich brauche, oder? was ist das? ist das ist die Voraussetzung, oder was? und das ist das 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 Verbesserung ist und das ist das alles ist das eine Voraussetzung, oder wie darf ich das sehen? keine Ahnung ich sehe sowieso nichts, weil ich bin blind ja, ich bin blind ich kann aber trotzdem spielen, denn ich habe einen Noppen-Bildschirm mit ganz vielen Noppen und dann kann ich, kann ich sehen, wo ich bin und ich zieh mal wieder an meinem Headset-Kabel und reiß es irgendwann ab und dann kann ich gar nichts mehr machen, ne? Scheiße ah komm, komm komm komm, wir sind fertig ooooh, bitte vielleicht darf ich jetzt gleich noch in K4 erforschen, oder? Ja komm und nein, nein, ich bin fertig, ich bin fertig wer wollte mir nicht schon mal forschen geben? Das ist der Arsch Artefakt wurde gefunden hoho Spiel speichern, das war Mission 5 Spiel fortsetzen die Videos mal noch die Analyse der zerstörten Basis hat ergeben, dass es sich bei den kürzlich bekämpften gepanzerten Truppen um Streitkette des New Paradigm handelte das New Paradigm ist eine Organisation von Überlebenden, die in diesem Sektor einen Militärstaat errichten wollen das New Paradigm ist seit dem Kollaps aktiv und verfügt über überlegene Waffentechnologie es hat die Scavenger seit unserer Ankunft mit Waffen ausgerüstet bei allen Begegnungen hat Rüste vor sich zu walten Verhöre von gefangenen Scavenger haben ergeben, dass das New Paradigm in diesem Sektor auf der Suche nach der Technologie der synaptischen Verbindung ist es ist zu 98% sicher, dass diese vom Feind geborgen wurde es ist daher wichtig, dass wir sie zurückerobern Kommandoturm verfügbar Kommander, wir haben einen Kommandoturm des New Paradigm geborgen mit diesem Turm kann ein Kommander die Angriffe von zugewiesenen Einheiten koordinieren weiterhin dient er als Auslieferungspunkt für Fabriken es ist wichtig, dass Sie diese Technologie erforschen und richtig einsetzen Kommander, wir empfangen folgende Übertragung Eintreffende Übertragung Eintreffende Übertragung Eindringling, der unrechtmäßige Angriff auf unsere friedlichen Einrichtungen wird nicht ungestraft bleiben Sie verstoßen gegen die Rechte des New Paradigm und werden zerstört werden Kommander, wir haben feindliche Angriffstruppen an dieser Position entdeckt Leeren Sie den Angriff ab und zerstören Sie anschließend die feindlichen Basen, um die Zone zu sichern Mission Timer aktiviert Ah ja Ist es nicht schön, wenn man sich neue Freunde macht So, Mission 6 Nein, doch, ja, Mission 6 ist das jetzt Okay Ihr seid ab sofort vier So, die Messe Oh, hier sind voll die Einheiten da stehen So, jetzt, jetzt muss ich erstmal schauen Äh, Moment Also, wir haben, wir haben, wir haben Scheiße Davon haben wir ganz viele Forschen können wir nix, okay Vielleicht bauen, können wir noch irgendwas Neues bauen Äh, äh Äh, schweres Maschinengewehr Messe, Messe Nein, nein Wir können nichts Neues bauen Gut Können was Neues bauen Wir können neue Sachen bauen, ne? Fabrik, Kommando Relays Wo muss ich die hinbauen? Ah, Moment, da ist Platz Bauen wir die da hin? Meine gigantische Armee, oh Oh, oh Was sind aber viele, du Okay, kann da oben, da oben kann niemand kommen Da ist alles bergig Ausgezeigt, das heißt, wir können nur von Ach, das ist schon mal gut, wir können nur aus einer Richtung kommen So, was bringt mir die jetzt, die Kommando Relays, gar nichts Kommandoturm Ah, jetzt kann ich den Kommandoturm erforschen, okay Wir beide wird angegriffen Was, welches, woran ich Ah ja, meine Türme haben natürlich überhaupt keine Wirkung gegen die Okay, jetzt seid jetzt alle eins Ihr seid viele, also verhaltet euch auch so Und gewinnt mal hier kurz alle Schlachten, die ich jetzt schlagen möchte Speichern wir erstmal irgendwo Mir egal wo, habt ihr ihr Oh ja, komm Oh, oh, da werde ich jetzt einleiten verfeuern, glaube ich Ich muss erstmal da rauskommen Zwei und drei Vier, was könnt ihr bauen, was könnt ihr bauen, was ich noch nicht hab Außer irgendwelche Waffensysteme Nix Okay Dann würde ich sagen, wir reißen jetzt erstmal hier die billigen Türmchen ab Die Idioten sollen das alle machen, nicht nur Ja genau, macht's doch nur einer, warum auch alle? Ist sowieso viel zu unständlich da So, abreißen, komm Weg mit dem Müll Braucht niemand mehr Grundlagenforschung abgeschlossen Okay, wir können verlangsamen, das ist ausgezeichnet und wir können nichts Neues erforschen Ah, was haben wir denn erforscht? Computerforschung abgeschlossen Für einen Gruppen und hier als Fabrik-Auslieferungspunkt Okay, doch gut Oh, ich brauche weiß ich noch nicht So, und jetzt hängen wir da Boah, hängen wir da, ja, jetzt hängen wir da die Geschütze auf Aufhängen Hier Oh Schön, dass ihr auch mal zurückschießt, die Arschlöcher Ja, fegt euch auch ins Knie Okay, ich brauche mehr, mehr, mehr Türme, mehr Türme, ganz schnell So, da hatte ich noch einen sitzen Oh, fuck you Oh, ganz viele neue Forschungen Okay, was geht davon? Oh, mittleres Geschütz klingt gut, nehm ich Mittlerer Rumpf, nehm ich auch Was haben wir da noch? Oh, Reparatureinrichtung nehm ich Automatisierte von, 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 Fabrik irgendwas Nehm ich auch Na komm, ihr müsst die doch klein kriegen Ich muss bauen, leichtes Geschütz Zweimal, zweimal, komm Ich brauche es Ja, ich hab's nötig Gib's mir, Baby, gib's mir Äh, boop Okay, anderes Thema, äh